So liebe Freunde, wieder mal einen kleinen Vlog, was ich machen soll, der Lieblings-Tag, wenn es interessiert. Radio ist durch, wir gehen wieder filmen. Und nebenan eine Dame, die mittlerweile weiss, wie sie heisst, unsere Kamerafrau. Blue! Haha, let's go! Es ist Assistent Schelker! So, jetzt hinterher zu einpackieren. Der erste Dreitermin in meinem Anwesen, gell? Genau! Anwesen! Und jetzt müssen wir mal schauen, wie sich mein Hund freut, wenn ich heimkomme. Ja, was hast du im Mund? Hä? Hey, lass das Auto! Kommt, das ist noch ein neues. Hey! Hey! Blieb, zieh da auf oder so mit mir! Eine ganz normale Situation, wenn man eine Dreie von Tino und Tano. So, unser Equipment, die Tino und Tano 3. Bier! Und heute ist meine Hündin das grosse Highlight. Übrigens habe ich die beste zogene Hündin. Hier der Beweis. Komm! Komm zu mir! Komm! Oder warte! Besser gesagt, warte! Und Leila, sitz! Final! Ja! So, jetzt ab in andere Welt, jetzt muss ich meinen Sohn holen. So, da ist er! Mein guter zogener Sohn! Du hast selber auch schon bei einem Video mitgespielt, Tino und Tano. Was ist er geblieben? Das ist ein Bodyjack. Du geh geh. Ahem, der Semmeli. Eigentlich hat das Schlag auf Schlag. Jetzt muss ich meine Tochter holen. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Eine Fledermaus. Eine Fledermaus? Wie heisst sie? Ähm, Lufus. Liebe? Ja, Lug. Ah ja, wirklich? So, Leute. Es ist schon Abend. Feierabend Zeit da für mich. Mittlerweile ist ja meine Verlobte zuhause. Wie ist es eigentlich mit dem schönsten Radiomoderator der Schweiz? Verlobt zu sein? Hm. Ich übersetze es schnell. Es gibt nichts Schönes. Ich bin dankbar. Merci. Mit denen wollte ich verabschiede mich mal. Schön bist du dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.